Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge der Gegengerade. Heute mit jeder Menge Schalke und zum Glück auch wieder mit der Anna. Ich grüße dich Anna. Hallo Thomas. Hallihallo. Ja, letzte Woche haben wir aus zeitlichen Gründen leider ausfallen müssen. Was ist denn das für ein Deutsch? Wir haben ausfallen müssen. Klingt ein bisschen altertümlich, finde ich. Kann man einfach so stehen lassen. Aber meinst du, so nach meinem Alter angemessen passt das noch irgendwie? Ja, könnte vielleicht ein Zitat sein. Zitat. Also ich fange den Sack vielleicht einfach nochmal von vorne an. Also letzte Woche haben wir die Gegengerade ausfallen lassen müssen. Das klingt irgendwie total gestelzt wiederum. Das sind viele Werden. Sag du mal, wie würdest du das sagen? Ausfallen lassen müssen, das finde ich richtig. Es ist richtig, aber es klingt total gestelzt. Es klingt komisch, glaube ich, weil es so passiv formuliert ist. Ich meine, letztlich ist es schon richtig, dass wir haben die Folge ausgefallen. Von Peter Vollmann lernen heißt siegen lernen. Also es sind immer die Umstände. Es sind die Umstände. Ja, also die Folge wurde ausgefallen. Sie wurde ausgefallen, genau. Von höheren Mächten wurde sie ausgefallen. Ja, genau. Also ja, auf jeden Fall gab es keine Gegengerade. Tut uns sehr leid. Anna war jede Menge unterwegs an dem einzigen Tag, wo wir hätten dann aufnehmen können oder auch sinnvollerweise hätten aufnehmen können, war ich mit meinem Zweitverein, dem SSV Jedelo, beschäftigt. Ein sehr dramatisches Spiel, übrigens 2 zu 1 in der Nachspielzeit gewonnen. Gegen SV Meppen. Sehr schön. Da fahre ich übrigens übermorgen, heute ist Montag beim Tag der Aufnahme, übermorgen fahre gleich zum Pokalspiel nach Meppen. Oh, spannend. Das ist natürlich echt. Sehr gut. Oder einen Auswärtsbus organisiert, da werde ich mal mitfahren. Cool. Schön. Macht schon Spaß mit diesem kleinen Dorf ein. Sehr schön. Jedenfalls zweimal Schalke, einmal nicht so erfolgreich, einmal sehr erfreulich erfolgreich. Und wir wollen gar nicht so sehr uns auf die Spielinhalte konzentrieren. Die kann man ja nachgucken oder auch nachlesen. Sondern mich interessiert natürlich, was haben uns diese beiden Spiele eigentlich zu sagen, weil beim letzten Mal der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, mag sich erinnern, haben Anna und ich ja ein ganz klein wenig über die Kaderplanung und solche Dinge diskutiert und was das alles mit uns und auch dem Verein macht. Jetzt haben wir mal 1-0 gewonnen. Alles gut? Naja, auf jeden Fall besser als vorher. Wir stehen immer noch vor der Härte. Gut, das ist jetzt kein Qualitätskriterium im Moment. Ja, wie soll man sagen? Also es beruhigt mich, dass wir nicht dabei sind, so völlig den Anschluss zu verlieren. So ganz auf die Tabelle geschaut gesprochen, das finde ich extrem wichtig, weil der Saisonstart halt in der Summe nicht gut gewesen ist. Sei es jetzt irgendwie verdient oder unverdient oder die Gegner stark oder wie auch immer. Ja, ändert halt am Ende des Tages nichts daran, dass wir zu Beginn des letzten Spieltags Nullpunkte hatten und das den Druck erhöht und mit steigendem Druck selten die Qualität steigt. Das heißt, man ist immer doller darauf eingewiesen, auf diesen Lucky Punch oder auf den Befreiungsschlag oder mit was man dann auch immer noch das Rasenschein füttern möchte. Und ich glaube, dass das alleine aus tabellarischer Sicht auch zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon extrem wichtig gewesen ist. Ich kann da vieles aber nicht bewerten. Also tatsächlich auch so diese Doppelung und zweimal Schalke zum Beispiel. Also die gewinnen das Pokalspiel in der Summe, finde ich, verdient. Wie gehen die dann in das zweite Spiel? Also ist da im Kopf so ein bisschen weniger Anspannung als vor dem Pokalspiel? Ist bei uns die Anspannung größer oder die Konzentration größer? Also sind da irgendwie auch nicht sportliche Faktoren, die uns da vielleicht so ein bisschen in die Karten spielen? Ist aber am Ende des Tages egal. Du hast gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga zu Hause gewonnen. Kein Tor, kassiert richtig gut tatsächlich. Also auch die Defensive, sprechen wir sicherlich gleich noch drüber, finde ich, einer der Lichtblicke. Insgesamt, glaube ich, ist es aber immer noch zu früh, um zu sagen, ja, Klassenherhalt easy am Ding. Pokalspiel auf jeden Fall. Schalke verdient gewonnen, muss ich auch sagen. Wir hatten ja so ein bisschen, wenn wir mal zurückblicken und uns die Spiele nacheinander so kurz angucken, die wir bisher in der Saison abgeliefert haben. Da war das Spiel gegen Kiel, wo man sagt so, ja, das war defensiv recht stabil. Offensiv war das noch mau, aber das Ganze kippte ja auch durch den Platzverweis von Kurochai. Also schwer zu beurteilen. Dann diese wirklich katastrophale Leistung auf Magdeburg, wo eigentlich allen Angst und Bange wurde. Also Nichtleistung muss man das ja nennen. Gegen Schalke zumindest, ja, das Herz auf den Platz gelassen, wie man so schön sagt. Also wirklich gekämpft, gefightet, versucht, aber offensiv immer noch herzlich wenig zustande gebracht. Jetzt muss man sagen, hat Eintracht tatsächlich mal angefangen, Fußball zu spielen. So würde ich das beschreiben. Also da waren Spielzüge bei. Da wurden, ich glaube, ich weiß nicht, hieß es nicht nach einer Viertelstunde, haben wir irgendwie so nach dem Motto mehr Chancen gehabt als in den Spielen davor insgesamt. Da stellt sich die Frage, da gebe ich dir recht, liegt das mehr an einer Leistungssteigerung der Eintracht oder liegt das eigentlich mehr an der Nichtleistung der Schalke in der ersten Halbzeit, weil, was sie da auf den Platz gebracht hatten, dachte ich auch so, wow. Die machen eigentlich noch weniger da weiter, wo sie im Pokalspiel aufgehört hatten. Da haben sie mich auch schon überhaupt nicht überzeugt. Da waren sie einfach sehr effizient. Also aus dem, was sie an Chancen hatten, haben sie einfach Tore gemacht. Und Eintracht kam halt nicht nach vorne. Aber du sagst, eine der stärksten Mannschaften der Liga, ja, auf dem Papier ist das so. Als Team harmonieren wir noch überhaupt nicht. Also da passt auch defensiv vor allen Dingen einiges nicht. Man sah schon, wenn die ins Rollen gekommen sind, die haben Offensivwucht. Also die können die entfalten. Die haben halt die Qualität. Wobei sie halt zum Beispiel eben auch bei uns auf Außenverteidiger treffen, die nun nicht, vorsichtig gesagt, zu den stärksten der Liga gehörten. Was die halt auch erweitlich auszunutzen wussten. Das muss man halt auch sagen. Zusammenfassend, ja, gebe ich dir recht. Also es ist eine Steigung da, auf jeden Fall. Vor allen Dingen haben wir eine deutlich verbesserte Passquote gesehen. Also so Basics stemmten einfach. Also es wurde Fußball gespielt. Es wurde versucht zu kombinieren. Es wurde mal Ruhe am Ball bewahrt. Nicht nur lange Bälle gespielt. Nicolaou hat mir da sehr gut gefallen. Der wirklich ein paar sehr schöne Pässe in die Tiefe gespielt hat. Defensiv, auch mit der Hereinnahme offenbar von Ivanov. Den kommen wir auch nochmal zu sprechen. War das auch ziemlich ordentlich. Also Schalke hat halt die Qualität, die kannst du nicht über 90 Minuten kaltstellen. Das funktioniert halt einfach nicht. Dafür sind die zu gut. Das einzig richtige Manko in dem Spiel, trotz, wie gesagt, auf meiner Sicht schon des Anteils von Schalke, die einfach kein gutes Spiel gemacht haben, weswegen das bei uns recht gut aussah, neben der eigenen guten Leistung, muss natürlich die Chancenverwertung. Also das Spiel darfst du nicht nur 1-0 gewinnen. Das musst du spätestens so ab der 75. wo die Konterphase einsetzte, der Eintrachter, musst du das zweite Tor nachlegen. Dafür haben wir die Chancen eigentlich gehabt. Ja, das, was ich interessant fand, im Kontrast zu dem Pokalspiel, war, dass wir mehr sowas wie Spielphasen hatten. Also ich war nach dem Pokalspiel, war ich halt wirklich so ein bisschen, nicht ein bisschen, ich war ziemlich genervt, weil ich das Gefühl hatte, Schalke muss sich halt nicht besonders irgendwie verausgaben. Lässt sich aber doch ein Stück weit auf unser nicht besonders hohes Niveau runterziehen, was das Spiel halt, glaube ich, also neutrale Zuschauer sind jetzt nicht unbedingt, glaube ich, begeistert aus diesem Pokalabend gegangen. Und das, was ich halt sehr auffällig fand, war im Gegensatz zu spannenden, beziehungsweise guten Fußballspielen, war, dass dieses Pokalspiel einfach auch über die Halbzeit hinweg so ein Brei war, ohne dass wir hätten sagen können, okay, da haben wir jetzt irgendwie verteidigt, aber gut gekontert. Oder jetzt das Ligaspiel gegen Schalke, das irgendwie gekennzeichnet wurde, unter anderem durch so eine sehr drängende offensive Anfangsphase, bei der man denkt, okay, da kommt echt so eine, wird irgendwie versucht, so eine Wucht aufzubauen, die irgendwie Wirkung entfalten soll. Und klar, das kostet Kraft. Mittelfristig muss man sich dann irgendwie ein bisschen zurückziehen, durchschnaufen, gerade auch bei den Temperaturen, darf man auch nicht außer Acht lassen, Profisportler hin oder her, dass du halt ein bestimmtes Tempo nicht über 90 Minuten gehen kannst. Aber das finde ich halt gut, dass das irgendwie versucht wird, zu balancieren. Und zwar nicht ebenbürtig zwischen allen Teilen gleichzeitig, sondern dass gesagt wird, jetzt konzentrieren wir uns als Team auf die Offensive, jetzt verteidigen wir, wir setzen eher auf Konter. Und ich glaube, dass es so vielleicht dann eben tatsächlich auch funktionieren kann. Nichtsdestotrotz, ich meine, du hast gesagt, Chancenverwertung, wir müssen da höher führen. Aber, also ich war ganz froh, dass Kenan Karaman dann irgendwann vom Platz gestellt, wo werden musste oder ein bisschen verletzt war. Darf man ja gar nicht laut sagen, ich finde es einen ganz coolen Fußballspieler. Ich habe heute tatsächlich seine Statistik angeguckt gegen uns, weil ich das Gefühl habe, der hätte tausend Spiele gegen uns gemacht und zweitausend Mal getroffen. Stimmt gar nicht. Aber das erste Mal verloren jetzt am Sonntag. Bisher immer entweder einen Punkt geholt mindestens oder gewonnen, aber erst zwei Tore gemacht, unter anderem ja im Pokal. Und, ja, und das andere ist, das andere habe ich schon wieder vergessen. Aber die waren ja auch da, so, die waren halt nicht konzentriert genug oder nicht abgezockt genug an dem Tag. Du hattest unsere Außenverteidiganten gesprochen, über die wir immer wieder sprechen können. Die Innenverteidigung ist halt mit Ivanov wirklich merkbar vertrauenserweckender als ohne. Und das trotz dessen, dass es ja erst sein erstes Spiel gewesen ist. Donko hat zum Beispiel, also gerade für seine erste Hälfte, ziemlich gute Noten bekommen und hat ziemlich gute Bewertungen bekommen. Er hat auf jeden Fall endlich wieder seine Tempoläufe gebracht. Ein paar Mal. Das hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Vor dem später nicht gegebenen Tor, also wo der Video der VAR sich eingeschaltet hat, Ewigkeiten für eine Beurteilung brauchte, wurde schon am ersten Standbild im Fernsehen. Hinterher war da auf Zusammenfassung gesehen, das ist ein halben Meter abseits. Ich weiß gar nicht, warum die da so lange gebraucht hatten. Da hat er sich ziemlich leicht ausspielen lassen. Also ich dachte, wow, so leicht geht das gegen Donko leider. Das hat mir nicht so gut gefallen. Marx war so, ja, okay. Also ist mir jetzt nicht großartig irgendwas im positiven wegen negativen in Erinnerung geblieben. Ivanov hat überraschenderweise, also der strahlte was aus, hat er jetzt mit Terodder auch nicht unbedingt den angenehmsten Gegenspieler, hat aber nur, schrieb Jussi zumindest, eine Zweikampfquote von 45 Prozent. was, vor allem wenn man so den 100 Prozent Mann Benkovic gewöhnt ist, doch ein bisschen Stirnrunzel erzeugt. Was er aber mal gemacht hat, ist tatsächlich ein paar sehr, sehr schöne Spieleröffnungen und oder auch Dribblings, also wo er einfach Platz hatte und dann eben auch konsequent in die gegnerische Hälfte gegangen ist mit dem Ball. Also das hat mir ziemlich gut gefallen. Da ist Luft nach oben, aber ich habe schon die Wahrnehmung, das war ein ganz guter Griff. Ja, aber wenn wir jetzt gerade über unsere Defensive sprechen, ey, wir haben drei Ligaspiele, vier Spiele inklusive Vokal und zwei Platzverweise schon. Ja. Hm, Freunde, also, ja, kämpfen, dies, das, aber nee, wirklich, also du kannst, also sich da dann irgendwie in der 97. Minute die gelb-rote Karte zu holen. Ja, man muss sagen, in der Situation ist es immer blöd, fand ich es okay, dass er das Foul zieht, weil da hätte was draus entstehen können. Ja, die Statistik ist trotzdem nicht gut. das definitiv, also, ja, wir ziehen schon relativ viele Fouls, das stimmt schon. Ja, und sie, also sie sind halt nötig und das ist das, was mir glaube ich, vielleicht ist es das, was mir darüber stehend irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen macht, dass es mir lieber wäre, wir würden vorher oder in diesen Situationen spielerische Lösungen finden, weil das, ja, mal gucken, aber eigentlich nicht die Regel sein sollte, dass wir sagen, dass wir alle zwei Spiele oder so sagen, ja klar, gelb-rot, aber auch nötig, weil es halt wieder ein defensiver Spieler und ja. Ja, weil er ein gutes Spiel gemacht hatte. Ja, und er halt auch im nächsten Spiel einfach fehlt. Fehlen wird, ja. Wer auffällig war oder eine auffällige Steigung vor allen Dingen hingelegt hatte, war Krause, der wirklich ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht hatte, der mir im Pokalspiel noch überhaupt nicht gefallen hatte, aber der auch spielerisch sich deutlich verbessert hatte, also mehr Ruhe, mehr Selbstsicherheit und mehr Passqualität vor allen Dingen auf den Platz brachte. Ich bin trotzdem der Meinung, dass neben Nicolaou für uns spielerisch ein Wiebe auf der Doppel-Sechs mit, also mit Nicolaou zusammen wertvoller wäre. Das wäre meine persönliche Einschätzung, weil Wiebe einfach ein feineres Füßchen hat und eine bessere Spieleröffnung einen besseren Blick und gerade auf der Sechs hat er mir immer sehr gut gefallen. Sorry an unseren Vizekapitän, hat eine gute Leistung gebracht, aber ich sehe da immer noch Wiebe vorne. Geht dir das? Ja, würde ich tatsächlich zustimmen. ja gerade eben auch um die spielerische Qualität ein bisschen zu erhöhen. Da haben wir glaube ich aktuell ein bisschen nachholbedarf. Wer von der Braunschweiger Zeitung als hat einen starken Auftritt hingelegt bezeichnet wurde, war Gommes. Das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Der hat punktuell gute Szenen gehabt, aber sehr punktuell und ganz ehrlich, Philippe hat mir an der Stelle deutlich besser gefallen. Der hat zwar eine riesen Chance vergeben, aber ich habe die Wahrnehmung, der hat mehr Ruhe am Ball und der kann auch mehr mit anfangen. Also der weiß, irgendwie eine Situation besser einzuordnen und findet Lösungen, die auch funktionieren. Also den würde ich da eher sehen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wahrscheinlich muss man den eher neben Utscha aufstellen. Ich weiß nicht, ob wir so einen Zehner überhaupt brauchen oder ob das groß Sinn ergibt, aber Gommes sehe ich da nicht. Ich würde beide einfach gerne öfter sehen. Oder in unterschiedlichen Konstellationen, um da irgendwie mehr Einblicke zu bekommen und um zu sehen, wie sich das entwickelt, dann auch im Zusammenspiel, an den Spieltagen und während der Matches. Ich meine, das ist tatsächlich irgendwie erfreulich, dass da die Spieler, die geholt worden sind, dann tatsächlich auch mal gezeigt wurden. Tja, wobei ich nicht weiß, was mit Amin ist, er ist ja immer noch auf dem Papier, so unser wertvollster Neuzugang, also mit jetzt schon unterer Bundesliga-Qualität, mit Potenzial sogar für die internationale Klasse. Ich weiß nicht, ob der Trainingsrückstand hat, ob der, ich weiß nicht, oder Hertel einfach nichts von dem hält, keine Ahnung, also da hört man irgendwie relativ wenig. Ansonsten mal einen Summenstrich gezogen, nochmal zurück auf meine Eingangsfrage, so alles gut? Das ist nach diesem Spiel sehr schwer zu beurteilen, weil du hast wirklich ein Schalker Team, was an dem Tag einfach auch kein besonders guter Gegner war, also man hat immer noch gesehen, wie gesagt, wenn die offensiv ins Rollen gekommen sind, dann wären die echt brandgefährlich, sind auch schwer zu stoppen oder schwer zu bespielen, die auch wirklich für so einen selbsternannten Ausstiegskandidat oder von der Kaderqualität, die nun mal da ist bei denen, auch wirklich defensiv erstaunliche Schwächen gehabt haben, also vor allem das erste Tor ist aus einem völligen Blackout entstanden, wo Herr Gomez irgendwie nach einem Einwurf von dem der Ball in die Füße gespielt wurde, da denkst du, okay, sehr schwer zu beurteilen, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht, ich weiß nicht und das werden so die nächsten Spiele herausstellen, wenn ich das, was auch nach dem Spiel gesagt wurde, mal als gegeben erstmal so hinnehme, dass wir viel über Emotionalität kommen, dass viel von allen Seiten auch dem Stadion zugeschrieben wurde, das war eine Riesenstimmung, gerade so gegen, weiß ich, ab der, so nach der 67. Minute, also als das Publikum auch merkte, okay, da kam was über Konter, das Team musste aber auch defensiv sich ziemlich gegenstemmen, da war echt Unterstützung da und Hertel sagte ja so, ich weiß halt nicht, ob das immer gut, ich muss jetzt die Fans irgendwie mal loben oder ich muss da gute Stimmung verbreiten oder wie ernst er das meinte und sagte, ohne Fans hätten wir das heute nicht geschafft, das hast du auswärts halt eben nicht, an den Tagen, wo du vielleicht nicht über Kampf, Teamleistung, Emotionen kommst, wird das spielerisch reichen, das müssen wir uns mal angucken. Also diese Euphorie geht noch, die teile ich nicht, möchte es nicht schlecht drehen, das war eine gute Leistung, definitiv, war ein hochverdienter Sieg, stelle ich nicht in Abrede, hat mal Hoffnung gemacht auf jeden Fall, nach den sehr bescheidenen Auftritten zuvor, ich dachte, guck mal, zumindest die einfachen Pässe kommen mal an und genau wie du sagst, sie haben mal Ballbesitzphasen und sie spielen halt mal Fußball, das macht ja schon Hoffnung, ist die Frage, wie weit kann uns das tragen im Ligaalltag? Ja, beziehungsweise das große Problem in der Rückrunde der letzten Saison war ja vor allem einfach so eine sehr, sehr geringe Konstanz und wenn ich die Amplitude sehe von Magdeburg bis Schalke Ligaspiel ist die sehr groß und wenn Schalke Ligaspiel unser Bestes ist, wird es immer noch wirklich schwierig. Also das fürchte ich halt leider schon und das auf der anderen Seite kann man sagen, okay, vielleicht muss man das nicht in so eine Amplitude stecken, so von gut bis schlecht und von 1 bis 0, sondern sagen, naja, vielleicht ist es irgendwie ein Entwicklungsschritt oder so. Also sagt ja keiner, dass das irgendwie jetzt das Maximum ist, was die Mannschaft irgendwie zeigen kann. Nichtsdestotrotz, also ja, ja, 10 Tage Transferfenster, ich weiß nicht genau, ob man Last Minute bucht oder Urlaubspiraten empfehlen, keine Ahnung, vielleicht wollte er auch noch Rot aus. Ich weiß es nicht. Also ich glaube defensiv kann das weiterhin was werden. Wir werden weiterhin unsere Schwächen haben bei den Außenverteidigern oder bei den Schienenspielern, solange wir mit einer Dreierkette spielen. Ich weiß auch nicht, ob es das vielleicht doch besser tun würde, wenn man mit einer Viererkette spielen würde, aber okay, das muss den Zertel wissen, der wird das einordnen, was ihm da besser gefällt. Es hängt offensiv immer noch unfassbar viel an Unschau. Also sei das als Anspielstation, sei das beim Abschluss, sei das als Emotional Leader, sei das bei allem. Der zieht halt sehr viel auf sich. Ja, obwohl ich auch, ist ja sowieso, habe ich ja eine Schwäche für, ist auch bekannt, Fabio Kaufmann, gefällt mir aktuell auch ganz gut. Also alles steht im Schatten von Anthony Uccia, aber ich finde so dessen Vehemenz sehr gut. Also dass der sich halt nicht diesen vielleicht nicht so guten Bedingungen ergibt. Er haut sich rein, gelingt ihm besonders viel, ich weiß nicht. Also das Tor hat er sehr gut gemacht, Punkt. Also das war wirklich gut gemacht, ein Torwart ein Stück weit rausgezogen, genau da muss er hinspielen, um das Ding im Tor zu versenken, das war super gemacht, gar keine Frage. Hat ein paar gute Szenen auf jeden Fall auch gehabt. ich weiß nicht, mir ist er gefühlt, da müsste man mal die Statistik befragen oder die Daten befragen, gefühlt verliert er mir zu viel Offensivduelle, bleibt zu oft hängen, will entweder zu viel oder spielt dann doch zurück. Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, neben Uccia, er war ja so eigentlich mit Doppelspitze vielleicht ein bisschen hängender als Uccia gespielt hat, ich würde er viel lieb sehen. Ich würde ihn mal zwei, drei Spiele wirklich sehen und gucken, wie entwickelt er sich. Aber klar, Fabio hat die Geschwindigkeit. Und die Erfahrung. Das hat er natürlich auf der Haben-Seite, die Erfahrung. Ja, gleichzeitig hast du die Erfahrung natürlich mit Uccia sowieso. Also der Typ ist halt einfach wirklich torgefährlich, sowas, der aus der Drehung macht, was du nicht verteidigen kannst. Der Brust an dem Abtropfen aus der Drehung, das kriegt auch wie keiner verteidigt. Ja, und das erstaunt mich, weil ich irgendwie daran gar nicht, also es ist jetzt nicht so, dass man auf den ersten Blick denkt, wow, wie macht er das? Oder das ist ja wunderschön, wie der sich bewegt oder so, aber irgendwas scheint er zu haben, was halt den Verteidigern der anderen Mannschaft wirklich, wirklich Kopfzerbrechen beschert. Tja, wie geht's weiter? Auswärtsspiel beim KSC, dann zu Hause in St. Pauli. Karlsruhe. Gut, dann drei sichere Punkte gegen Hertha. Ja, um Gottes Willen. Ich hätte vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen. Die haben bis dahin wahrscheinlich schon neun Trainer und das Drama kennen wir dann ja schon. Ich habe neun gesehen jetzt im Zuge von dem Abendspiel Samstagabend HSP gegen Hertha. Wer würde die Kneipenschlägerei gewinnen? Tim Walter oder Pai Dardai? Ich glaube Tim Walter, ehrlich gesagt. Ich glaube der Ja, ich denke schon. Ich glaube der isst Fleisch roh tatsächlich. Als Smoothie aber morgens. Aber weiß ich nicht genau. Sagen wir so. Unser Trainer sollte eine Kneipenschlägerei so würde ich meinen Eindruck von ihm wiedergeben. Vielleicht mehr so aus dem Toilettenfenster wie Fluch Ja, lieber schon mal ein Uber bestellen. Das ist besser. Er könnte aber die Kneipen Diskussion gewinnen. Also wenn es dann mal so Stammtisch Diskussion würde ich sagen, da redet alle unter Tisch. Das würde das schaffen. Nein, ist so Spaß. Ich finde Jens Herdl vom Thümen finde ich den super. Ja, sowieso. Ich habe wie gesagt, gegen nichts, was ich sage, gilt irgendwie der persönlichen Dissertation. Ich finde es unerfreulich Lust, ich bremse falsch zu benutzen. Anderes Thema. Also, Karlsruhe. Ja, es ist kein Spiel zu Hause. Die haben jetzt auch noch nicht so Bäume ausgerissen, vier Punkte, also mal einen Punkt vor uns. Ich bin gespannt, was wir erst mal so hinkriegen, also ohne Publikum im Rücken. wird es so ein bisschen die nächsten Spiele schon jetzt so ein bisschen richtungsweisen, glaube ich, so, wenn man am Anfang noch sagen kann, okay, müssten sich vielleicht auch erst mal finden, gab wieder ein bisschen Umbruch, die neuen Leute waren noch nicht ignoriert, äh, ignoriert, die Leute integriert, sie kommen jetzt mal so nach und nach ins Team rein, kriegen ein bisschen mehr Spielzeit, libe jetzt schon mal eine halbe Stunde. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich da was. oder wir hoffen dann doch auf die Neuzugänge mit dem 31er Kader. Boah, ich finde das halt, ja, das kommt noch dazu, ich finde es krass, ne, hast du so einen großen Kader und sagst, ja, wo ist das Geld, wo ist das Geld, ja, Digi, ah. Statt ein 31er Kader machen wir 26, aber holen einfach mal drei richtig gute, statt sechs. Die dann nicht spielen. Ja, alles wild. Ich sehe hier jetzt gerade irgendwie, das ist schon eine krasse Liga, ey. Ja. Das ist schon wirklich, wirklich krass. Du kannst vor keinem Spiel, ich meine, auch Elversberg hat ja in den ersten Ligaspielen nicht gezeigt, dass die was drauf haben. Wiesbaden ist so gut reingekommen. Mal gucken, jetzt müssten vielleicht, er wird noch ein bisschen gehen, weil in der nächsten Terminierungsrutsche ist dann das Derby mit drin, wird aber bestimmt Samstagmittag. Ja. Ach Derby. Also liebe Schalker, es gibt zwei Saison Höhepunkte. Kleiner Tipp, Schalke gehört nicht dazu. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung, es ist ein großer Verein. Ja, klar. Auswärts ist halt schon eines der krasseren Sachen. Klar, hat auch einen Namen, macht natürlich, sage ich mal, ein bisschen mehr Spaß dagegen zu gewinnen, als gegen, keine Ahnung, Paderborn zugegeben, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, das Selbstverständnis der Schalker, kann ich nicht so viel mit anfangen. Ach, emotional werde ich bei Pauli, werde ich bei hier den und so, aber nicht bei Schalke. Also alles gut, no offense. Außerdem, ich spiele mal Wikileaks, mein Papa war Borussia insofern. Aha, daher weht der Wind. Liebe Schalker, ihr kriegt mich nicht mehr. Daher weht also der Wind. Naja, gut, ich verstehe. Gut, also so abschließende Meinung konnten wir uns noch nicht bilden. Nee. Wir brechen nicht in Euphorie aus, wir haben die Saison noch nicht aufgegeben, trotz der Startschwierigkeiten, die wir dann erkennbar hatten. Wir gucken mal, ich denke mal so zwei, drei Spiele weiter sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Ja, wir holen so viele Punkte, wie dieses Eichhörnchen Eicheln balanciert. Nächstes Spiel oder die ganze Saison? Nein, jetzt nächstes Spiel. Ah, nächstes Spiel. Einfach mal den Optimismus bisschen erzwingen. Gut. Das ist vielleicht auch, das ist meine Hausaufgabe, Optimismus erzwingen. Ja, so. Hilft ja nichts. Anna ist da ganz auf der Spur, so wie das unser Sportdirektor gerne hätte. Ich denke positiv. Außerdem hat die Gegend gerade gerade ein neues Orakel gefunden. Ja, ich würde ganz viele Eichhörnchen sticken. Damit können wir doch heute schon mal den Deckel drauf machen und gucken mal, wo die Reise so hingeht. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Bis nächste Woche. Und dann.